Auf geht's Mario! Wir machen uns auf den Weg zum Boss, würde ich mal sagen. Auf in die achte Welt. Werden wir abgeholt vielleicht? Das ist ja ein Luxus. Sehr freundlich. Okay, nein, noch nicht die achte Welt. Oder doch? Nee, noch nicht. Okay, ähm, ja. Gibt nochmal ein kleines Zusatzlevel. Ach, das ist doch schon wieder dieses Luftschiff, das beim letzten Mal so viel Wasser im Bauch hatte, ne? Ja, im Rumpf. Ich glaube, ich glaube, äh, im Übrigen, ich hab beim letzten Mal Bug gesagt. Was natürlich falsch wäre. Also, falls ich's gesagt hab, oh, äh, dann entschuldigt bitte mein unprofessionelles Verhalten. Aber ich bin nun mal kein Schiff, ich kann nicht alles wissen. So, boah, das ist ja perfekt. Ich hab, äh, einen Eichelpilz. Upsa. Da haut einer aber kräftig zu. Nein! Der haut ja meine Fragezeichen weg. Oh Gott. Das ist aber ganz schön fies hier, die Runde. Der macht alles kaputt. Oh, wehe, der macht die Münze kaputt. Oh Gott. Oh Gott. Äh, lauf und flieg. Speichern, jawohl. Speichern ist immer gut. Oha. So. Jetzt wird's mal Zeit. Ah, cool. Ich komm an Bord. Scotty, beam me up. Auf dein Luftschiff. Oh, okay. Ah, muss ich mir ein Patch steuern. Äh. Jawohl. Los geht's. Oh, da kann ich bestimmt runter. Jawohl. Schauen wir uns das mal an. Okay. Ja, das ist simpel. Uah. So. Simpel, aber man kann natürlich trotzdem sterben. Das hab ich ja des Öfteren schon bewiesen. Also vor allem ich kann das. Hahaha. Oh Gott. Oh Gott. Na, wo bleibt er denn? Der Bowser. Achso, nee. Der wird ja jetzt dann auch noch nicht kommen. Oh, cool. Cool, cool, cool. Ha. Äh. Nein. Äh. Oh, oh nein. Das war jetzt aber sinnlos. Ganz ehrlich. Oh Mann, wie ärgerlich. So. Okay, auf geht's. Wer will mich aufhalten? Keiner, ne? Das will ich doch auch hoffen. Feuerblumen ist auch okay. Zwar nicht so cool wie Eichhörnchen, aber ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Oh ja, und da ist er wieder mit seinem Ah, ich hasse ihn, den Kleinen da. So. Den muss ich ihm bestimmt. Oh. Oh, das war knapp. Ah, okay. Das stellt sich wieder her. Ah, da kann ich bestimmt ihm sein, jawohl, seine eigenen Waffen gegen ihn gebrauchen. Und da rauf geht's. Perfekt. Volltreffer. Headshot voll ins Knie. Oh, das war aber fies. Na, warte ab. Oh. Oh. Jetzt ist er fällig. Der Kleine. Das ist natürlich, der Speicherpunkt ist natürlich echt cool gewählt. Also der gefällt mir. Da kann ich immer direkt wieder loslegen. Aber ich werde natürlich nicht mehr sterben. Oh. Nein. Komme ich da jetzt noch hoch? Ja. Ha, ich kann auch hüpfen. Cool. So. Jawohl. Oh, da schmeißt er gleich drei. Oh nein, oh nein. Oh. Perfektes Timing. Ah, es war mir klar, dass er das jetzt zweimal macht. Oh. Oh, knapp. Jetzt bist du fällig. Nein, oh Mann. Aber ich habe ihn erwischt. Ha. Versager. Jetzt kann ich mich ja groß aufspielen. Okay. Oh nein. Geht es noch weiter jetzt, oder wie? Ah, okay. Der versenkt mal eben sein eigenes Schiff. Jawohl. Schnell raus, Mario. Juhu. Cool. Tja. Dann hoffe ich mal, dass es jetzt so langsam in Welt 8 geht. Ach, jetzt kommt er schon wieder. Ich bin froh, wenn ich den nicht mehr sehen muss. Ehrlich. Ah, okay. Ja. Jetzt geht es in die Welt 8. Aber bevor ich da hingehe. Oh, cool. Ja, natürlich erst mal speichern. Und bevor ich da hingehe, beenden wir mal diese Aufnahme hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal sehen wir uns in Welt 8. Versprochen. Also, macht's gut. bis zum nächsten Mal geht es um dann